Es muss deshalb auch klar sein, dass sich jede Schadenfreude gegenüber der Konkurrenz verbietet. Eins dürfen wir nie vergessen, wenn eines der großen Qualitätsblätter in Deutschland, ich nenne jetzt nur mal unsere schärfsten Konkurrenten, die Süddeutsche, die FAZ oder den Spiegel, wenn also eine dieser Zeitungen existenzielle Probleme bekommt, dann haben wir alle ein existenzielles Problem. Es würde bedeuten, dass wir Zeitungen aus der Zeit gefallen wären, schlimmer noch, dass Qualität keinen Markt mehr hätte. Seit es mit der Zeit wieder aufwärts geht, werden wir oft gefragt, was ist denn euer Erfolgsrezept. Ich habe dazu jetzt schon einiges gesagt, vielleicht gestatten Sie mir aber noch ein lautes Nachdenken über unser aller Sehgewohnheiten bei der Gestaltung von Zeitungstiteln. Sie wissen, dass wir alle, die großen Magazine, die Wochenzeitungen und Illustrierten, seit einiger Zeit gegen einen Auflagenschwund im Einzelverkauf kämpfen, von dem auch die Zeit nicht ganz unverschont bleibt. Und wir sind auch schnell mit Erklärungen, woran das liegen könne. Die beliebteste ist, wir würden uns mit unserem Internetangebot selbst Konkurrenz machen und damit die Kernmarke kannibalisieren. Die andere ist, dass die letzte Preiserhöhung zu hoch gewesen sei. Die dritte, dass die Große Koalition das Interesse an politischen Stoffen tötet. Und all diese Erklärungen sind auch wahr. Aber ich frage mich, ob wir Chefredakteure und Artdirektoren nicht auch nach neuen Themen und Darstellungsformen suchen müssen. Zu oft geht es mir am Kiosk so, dass ich Déjà-vu-Erlebnisse habe. Wenn ich einen Titel sehe, Trennung, Gehen oder Bleiben und dazu ein zerreißendes Herz, ist dieser Effekt noch stark genug, um dem Leser am Kiosk klarzumachen, warum er drei Euro dafür ausgeben soll. Vor allem aber, für welches Magazin steht diese Bildersprache. Wenn im Internet alle möglichen Informationen und Ratgeberliteratur heutzutage kostenlos zu haben sind, dann müssen wir schon auf der Titelseite deutlich machen, dass wir mehr bieten, nämlich Hintergrund, Orientierung, Glaubwürdigkeit und Substanz. Im Idealfall denkt der Käufer am Kiosk dann, das Thema hat mich schon die ganze Zeit interessiert, aber bis heute weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Die Umstellung auf Titelgeschichten ist bei der Zeit schon vor einigen Jahren unter meinen Vorgängern erfolgt. Heute bekommen wir bei jeder Ausgabe zu spüren, ob ein Titel funktioniert oder eben nicht. Die Kunden an den Kiosken sind unerbittlich. Die Fokussierung auf Titelgeschichten ist für uns aber auch ein zusätzlicher Ansporn, eigene Themen zu finden und eigene Debatten zu initiieren. Und ich glaube, dass unsere Redaktion sich heute dadurch auszeichnet, dass sie einen besonders feinen Instinkt für gesellschaftliche Themen hat. Ich denke dabei an unsere Titelgeschichten über die Welt der Eliten, den drohenden Verfall des Sonntags, die verschwiegenen Probleme der Schwulen oder die selbstverschuldeten Schwierigkeiten der Kirchen. Und immer wieder, auch in der Ausgabe, die morgen an den Kiosk kommt, der große Unterschied zwischen Mann und Frau. In meinem Büro im Pressehaus der Zeit pinne ich jede Woche eine verkleinerte Kopie unserer Titelseite an die Tapete. Darauf notiere ich die jeweiligen Verkaufszahlen. Eine Wand ist jetzt schon fast voll. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Bürowand unseres Geschäftsführers Rainer Esser genauso aussieht. Verlag und Redaktion haben das gleiche Interesse daran, dass sich die Zeitung gut verkauft. Auch wenn es immer so sein wird, dass der Verlag in anderen Bereichen der natürliche Feind der Redaktion ist und auch sein muss. Natürlich arbeitet kaum ein Journalist gerne für eine Zeitung, die sich schlecht verkauft. Trotzdem ist das nicht nur bei der Zeit lange genug verdrängt worden. Wir machen eine Zeitung, die uns selbst gefällt. So lautete jahrzehntelang ein Motto der Zeitredaktion. Früher konnte man mit dieser Einstellung sogar Erfolg haben. Und es ist eigentlich auch ein löblicher Satz, denn diese Einstellung bewahrt einen vor Zynismus und Selbstverleugnung. Und sie beugt einem Journalismus vor, der nur gefällig und populär sein will. Trotzdem hat dieses Motto seine Geltung verloren. Zum einen, weil es heute keinen Grund mehr gibt für das Misstrauen gegenüber den Lesern, die man nach der Nazizeit auch erziehen wollte. Zum anderen, weil so ein Motto ein Freibrief ist für eine Schwäche, die in unserer Branche ohnehin schon sehr verbreitet ist, nämlich für eine fürchterliche Selbstbezogenheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht müssen wir alle lernen, trotz der jüngsten bitteren Erfahrungen in der Zeitungsbranche auch wieder neuen Mut zu schöpfen. Denn wie sollen wir unseren Lesern klar machen, dass Zeitungslesen auch Freude macht, wenn wir selbst permanent in Angststarre verfallen? Jedenfalls besteht überhaupt kein Anlass, irgendwelche Tanten zu schlachten. Lassen Sie mich also das Lied von Franz Wedekind, das ich eingangs zitiert habe, zum Schluss noch einmal vortragen, allerdings in leicht abgewandelter Form. Dabei kann ich nur von Glück sagen, dass keiner hier ist, der es weitererzählt, denn die Kollegen von der Literaturredaktion der Zeit würden meine Dichtkunst in der Luft zerreißen. Andererseits hoffe ich, dass ich mit einem Helmut Karasek, der neulich in der Bild-Zeitung eine Ode an bedrohte Wörter zu Papier brachte, vielleicht gerade noch mithalten kann. Hier also das aktuelle Tantengedicht, frei nach Franz Wedekind. Wir haben die Tante geliftet, man nennt sie jetzt modern. Seit wir ihr die Frischkur gestiftet, liest man uns selbst beim Stern. Und doch ist unsere Tante, die Stimme, die Augen, das Herz, die Zeit, wie man sie kannte. Was fehlt, ist bloß der Nerz. Wir wurden von manchen verachtet für diese Verjüngungsschmach. Ihr aber, O Leser, ihr trachtet der blühenden Jugendmacht. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus